was heißt okay es gibt es einen youtube player auch schon direkt für gut willkommen zu part 3 der cutter bewerbungen wir haben jetzt hier teil 6 luka asuna yunki und wir schauen uns das ganze ding mal an let's go sehr lang okay das heißt dann spiel mir das in zwei parts auf so du kommst aber hier rüber so also scheiß mal ganz auf die namen drauf das ist mir also jetzt wenn er das mir gleich so zitiert dinge einmach aber herzlich willkommen zu diesem neuen video vom kanal und dieses video ist etwas anders denn dieses video ist vor allem für die cutter gedacht die sich jetzt bei mir bewerben werden es ist es auf es ist auf jeden Fall es heißt okay es gibt es einen youtube player auch schon direkt für gut da haben ja wir spielen heute einfach mal eine runde okay die qualität das kann auch bei mir liegen okay ja okay 720p muss ich dir leider auch ankreiden dass irgendwas mit der qualität ich bin gespannt was die katastrophen machen und ich sagen let's go bis fünf verschiedene sachen da war ich jetzt auch mal mit einer runde bei was also du bist sehr wenig information 27 oder 360p ok runter fällt und zwar grau ja ok ok ja 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 da hätten wir das so einsliden müsst also we be right back so passen zudem gibt's auch das glaube ich auch schon mit du ziehen vorgefertigt so also quasi ich war jetzt gleich runter we be right back fuck ich fall auch runter also weg rein und dann noch einmal so aufblinken so kenne ich das vor allem aber ja das muss mir das pluspunkt anrechnen plus ist du hast auch einblendungen verwendet dem weg zum ding zur verbesserten rüstung ist tatsächlich nicht mehr lange ich tue natürlich jetzt nicht fastpitchen weil ich das überhaupt nicht kann sein holz hat ihm nicht also es sind sehr viele leise stellen drin ja das ist bei anderen nicht so aufgefallen die dinger zum shopkeeper im anblenden können dann schmeiße ich das hier rein und irgendwie hat mich gerade eben angeschrieben wird ist kurz ja wohl dauerhaft der rüstung ist auch wieder ein negatives dinge so zack 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 dann nehme ich mich schon mal zack zack 2 laps lite soственерм video dass er genau den video einblendung tai den noch erreicht habe in manchen videos wenn ich mir absolut langweilig ist und ich deswegen hardcore und nicht hardcore viel zeit habe mich deswegen einfach das macht dann wechsle ich das spiel und bei du als quasi wenn ich ein duel verliere ich will wissen hat sie jetzt hat sie falls sound synchronisiert nein sie ich weiß nicht wie ich habe eine nummer ist gut gelöst da ich ihn ja kenne er wird selbst mit seinem feuer wird sich gleich mit feuerball spielen feuerball verfehlt irgendwie stehen schon mit feuerball spamm ok also generell im gameplay sehr wenig nachbar wenn ich sie einfach hohes gameplay oder zumindest fast rohes gameplay mit ein paar memes eingeschnitten also wie gesagt im mix ist sehr sehr gut gelöst was das angeht aber ja das geschafft ist ich kann sich ja mal ein beispiel daneben so so werden so mein ziel dass es aussieht halt auch es fehlt wieder musik so ich fühle jetzt mal ganz kurz das ding ein bisschen aus also musik dann was ich den anderen angekreidet genau zoom kein zoom ich sehe da kein zoom drinne und dran hat türkis hat als ob sie zum bett hat meine schosten wenn zack ich meine das so da rein perfekt dann kümmere ich mich mal um türkis es ist meine schosten wenn sie ja okay zack zack ja sehr viel rausgeschmissen sehr viel ja die dienst also transitions inner innerhalb meines games finde ich nicht so gut und auch nicht dieses musik also diese diese error die dinger bringe ich noch zum shopkeeper perfekt also wenn wir mal weiter zum nächsten als negativ in den anderen reiten spielen wir einfach mal eine runde ich glaube kapitel wohl ist da ganz passend nicht falsch wie wenig gameplay ist er übrigens so kapitel es gibt relativ warm rein in die runde letzte go ich bin erster ich bin schneller ist sowieso egal ja die mims sehe ich muss dass ich wissen durchskippen weil die ist sehr halt sehr lang das ist eine enorme brust beim runde selbst 14 min auf 14 min zu reagieren was eigentlich an sich was gleich ist nein weil ich meine ich kenne das video auch alles klar ich dachte schon keine ahnung ich sehe nur irgendwas auf dem disco server keine ahnung ich sehe nur irgendwas auf dem disco server auf dem disco server dem wir übrigens beitreten können ja also einblendung super gelöst also geht doch allein von den einblendungen her wenn es nur um die einblendung eingehen würde würde ich sagen bestanden und quasi mein cutter da hätte ich also wie gesagt hier ok man also man kann es gibt nicht immer viele sachen zur verbessern hätte ich jetzt gewünscht jetzt mal wie ich schießt noch 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 weiß ich drauf habe geht doch du brauchst du wirklich die sache ja also lieb die frage bis wohin kann ich gehen ohne runter geschmissen zu werden von high pixel gg jetzt drücken wir den gold opfer rein wir gucken uns aber nur ein ding an also ich denke ich würde gerne arbeiten ich glaube da steckt auch arbeit noch mit drinnen aber es ist nicht das was ich brauche halt einfach qualität ist für für mich selbst für meinen kanal ich bin ja auch nicht den er sagt 4k muss sein und davon mal kurz schlechter sein aber qualität ist halt nicht auch von den memes verpasst es das also das gar nicht was ich kann halt auf den den art thema witzige videos und so gemacht also habe ich 30 minuten es ist einfach zu lang ich glaube da stecken ich will jetzt nicht dass du irgendwie falsch verstehst und sagt ich schmeiße deine arbeit weg ich denke ich denke das sind bestimmt mindestens zwei stunden drin arbeit drin das kann da erstens kann nur einer mein kater werden ein bisschen müde bin ich und halt halbeste wie gesagt die ganze kritik punkte das halt ja wenn er wüsst dass ich einfach weniger habe ich habe es ja ist klar damit zwar 30 minuten ich spiele ist klar ja also mein falls dieses video ich denke mal du wirst es ist so lächerlich ja doch also wie gesagt also von was sachen angeht wie memes und sowas finde ich gut ich kann die ganze zurück hat ich habe keine dinge geholt oder ich sehr schlau also ich muss nicht sagen und nado hat eindeutig für mich also aus meiner perspektive bei full speed ist die steuerung einfach nur fucking scheiße einfach das witzige video alter ja spätestens jetzt ok ja es ist mir noch viel bis zum sieg bin drinne sechster ja komm alter weisse ja es ist auch schon wenn ich welches game spielen wir sowas hätte ich halt noch gerne gehabt dann dann so ähm fuck wie lange und wie lange oh mein gott ich habe keinen plan wie viel mir noch fehlen bis zum sieg so vier alles klar wieso fliegt er einfach schneller als ich ich habe ja ich habe keine ahnung so wie jetzt schreibt er war sicherlich schade es ist sehr viel ankerne ich bin gerade so los beim hotkin also das ich muss minimum drei stelle ich muss besser panda ganga drei stelle fallen wenn ja dann lass doch ein leichter ein abo oder und aktiviert die glocke also die einblendung like einblendung passt auch wieder das machen wir nochmal als pluspunkt und wir sehen uns im nächsten video wieder macht's gut tschau okay gut das war die ja die nächste bewerbung muss ehrlich gesagt sagen die hat mich jetzt bin ich wirklich überzeugt also hier kannst du mal anschauen was hier alles ist minuspunkt dann sind aber es ist nicht ganz dass das worauf ich was was meinem ding entspricht trotzdem danke natürlich wie auch allen anderen leuten die sich sinnvoll beworben haben vielen dank für eure bemühungen wir werden uns demnächst auch mal die weiteren bewerbungen anschauen auch so wie jetzt live im stream und ja also wie gesagt ich danke jedem für seine mühe aber es kann natürlich nur einer werden und das ist für mich viel zu viele punkte die mir halt fehlen von einblendung her top da können sich die beiden anderen auf jeden fall eine dicke fette scheibe abschneiden hätte auch mehr sein können aber hier du siehst ja alles was passiert dran ist bei not nado aber ja bisschen ruhig geskippt da steckt bestimmt arbeit dahinter ah ich kann noch fünfmal sagen aber ist ja nicht dass wir das suche wenn das euch gefallen hat dann lasst doch erklären das was mit diesem video wenn es euch gefallen hat dann lasst doch gerne ein like da ein abo und aktiviert die glocke und da sehen wir uns im nächsten video